Wie fühlt sich das an, wenn man sich so selber befördert, Prinzessin? Alles gut bei dir? Wollt ihr mal fragen, du? Ich seh da niemanden eigentlich, seht ihr hier jemanden? Du, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich selber ein bisschen befördert? Ich seh da niemanden, gell? Du wirst das Feeling. Payout auch schön hochgesetzt. Hab es isst und dann bei der Studie mitmacht. Haben Sie was Scharfes für mich? Ein Messer hätte ich für Sie. Kann man. Das ist aber nicht gesund zum Essen, oder? Was meinen Sie, Frau Doktor? Ich hab da ein Salami mit, als ich die Schäufe Salami hätte. Ah, ja, das wäre natürlich super. Wir könnten auch eine asiatische Nudelfahne machen, die richtig durchscheppert. Ich hab noch eine Frage. Sind Sie eigentlich stolz auf Ihre Einheit? Oh, ja. Sag mal, hat Antl eine Zahnlücke? Ist das... Ist das Karies? Was ist denn das? Was hat Antl an... Guck mal. Herr Morris, was ist denn mit Herr Morris los? Warte, ich mach mal. Sogar ohne... Jetzt sieht man es noch besser. Alter, was ist denn mit Herr Morris? Haben Zehen los vorne? Guck. Was der Herr Morris? Herr Morris, aber Zahnpflege ist mir nicht so angesagt heute. Was ist denn da los? Aufpassen, die Katze! Ah... Check, gehen wir... Geben wir die Tür auf? Oder ist ja eigentlich eine... Oh, aber da ist hier grad was passiert. Entschuldigung. Das ist... 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 Ich stehe mich hier mitten rein. Und... Und... Spendiere mir einen Kaffee. Schau mal, wie ich da jetzt stehe und zugucken, wie der Andl da rausgeholt wird. Das ist der Hund. Hahaha. Hahaha. Ich bin so'n Arsch. Ich stehe mir... Andl, bevor wir ihn jetzt hin. Lang ging die Reise nicht. Ganze 10 Meter weit weg vom Krankenhaus und schon direkt einen Unfall mit Überschlag gebaut. Hallo? Brrr. Ui. Warte mal. Radlfahrer! Upsi! Karma sein... Sein Vater, Alter. Äh... Na, 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 na. Na, doch, 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 doch. Achso, okay. Dann... Sorry, sorry. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Ja, du, ich... Ich wollte zur Probe fahren. Dann kam der Einsatz. Alles gut? Doch, 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 doch. Ne, ne, ne. Doch, 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 doch. Schaffen wir 300? Ah! Uuh! Oh, ne. Oh, ich dachte kurz, ich sterbe. So, wir fahren mal damit rum. Ui. Ja. Ui. 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 Es ist so wunderschein, ich will sie nackig sehn. Zwei, viel fe! Bye, bye!